Steini da! Steini, Steini, Steini ist durch! Wir müssen uns... Steini ist wirklich durch! Steini ist durch! So, Junge, wir müssen das jetzt schnell machen, weil ich muss jetzt gleich meinen Vogelthelm. Steini ist durch! Guck dir mal Steini an! Ja, ich seh's. So, also für wissenschaftliche Zwecke wird jetzt hier jemand umgebracht. Tu es. Und ich lebe noch. Okay, der Helm ist weg. Aber mein Helm ist weg. Mein Helm hat mir das Leben gerettet. Ja, dann immerhin macht's Sinn. Aua! Wie viel Live hab ich noch? 50 Live. Ja, komm, bring es zu Ende. Du willst das. Wie weit ich wegfliege. Realistisch, ne? Schön in den Kopf. Gerade blutet ein bisschen. Danke, ich hab jetzt zu tun. Sorry. So, ich entfüll den Jungs mal. Ja, war für wissenschaftliche Zwecke. Ja, hab ich gern getan, hab ich doch gesagt. Ja, war super. Ich hab Spaß gehabt. Das glaub ich dir. Ich hab richtiges Grinsen im Gesicht. Das kann ich mir vorstellen. Hä? Warte. Hallo. Boah, seit einer Ewigkeit war wieder gestorben. Oh, dankeschön. Ja, ich hab dich, ich hab dich, äh, weich gebettet. Dann lieg ich ja noch warm und alles. Ja, genau. Äh, möchtest du die Leiche ausnehmen? Nee, deine Leiche fass ich nicht an. Dann nehm ich die. Ja, okay, danke. Die ist voll mit Schrot, Alter. Da findest du doch eh nix mehr. Das wär so lustig, wenn ich beim Ausnehmen jetzt Kugeln gefunden hätte, ne? Ich komm gar nicht mehr von hier und mit dem Fisch. Ja, jetzt kommt Steini wieder Gas. Steini schwimmt voll schnell. Ist das normal? Schau mal, wie schnell Steini schwimmt. Scheint so. Und dann ertrink ich hier. Und, äh, Steini ist so ein richtiger Schwimmer. Steini ist cool, ne? Ja, Steini ist super. So. Gott, ich kacke für mich halt, ey. Okay. Wow. Auf einmal rollt er da einfach rein. Ich hab mir gedacht, das bietet sich an, nachdem du die Tür aufgemacht hast. Und dann erst mal den Chris überrollt. So, Steini, vielen Dank. Ich muss jetzt leider aber Holzhacken gehen. Und da du dafür nicht so wirklich geeignet bist, weil, wenn du auf das Holzhaus Thatch rauskommst, äh, lieber Steini demnächst nochmal. Obwohl ich dich ja natürlich als Packesel missbrauchen könnte. Wollt's schon grad meinen. Eigentlich hätte ich Steini als Packesel missbrauchen können. Wobei das mit dem Craften, das ist eigentlich sinnvoller. Ja, ich hab doch gar, ich hab doch den ganzen Stein logischerweise nicht dabei. Ich kann nicht dauernd craften. Ja, wenn du mal drüber nachdenkst, macht das überhaupt gar keinen Sinn. So. Doch, macht schon Sinn. Aber geht ja. Ich hab ja noch ein Level-Up durch den Eiferaptor gerade. Da kann ich auch einfach mal Wade machen. Dreimal Wade! Wow! Und 200 kann ich tragen. Ja. Wolleck! Nicht schlecht. Ja, voll leck. Ja, logisch. Und nochmal zweimal. Das hat sich jetzt gerade richtig gelohnt. Der Eiferaptor war nämlich Level 24. Und nicht nur Level 9 und 11, wie bei gerade eben. Und das hat mir jetzt tatsächlich ganz gut Level abgebracht. Das heißt, ich bin jetzt auch glaube ich schon 32. Ja. Dann könnte ich jetzt endlich mal, also, ich farm jetzt noch so ein bisschen und dann könnte ich mich mal daran machen, tatsächlich mal mein eigenes Tier zu tamen. Muss ich dann nur noch, äh, mir die nötigen Sachen dafür holen. Ja, sag mal, bin ich dann völlig ganz debil? Ja, jung. Ich find grad im Crafting-Minuten nicht das, was ich finden will. Das kennen wir alle. Das Gefühl. Was riechst du grad eigentlich für einen Stuss? Was? Ja. Wieso? Glaubst du, dass ist noch nicht jedem passiert, dass er irgendwas gesucht hat, nicht gefunden hat? Ich bin jetzt hier aber schon zehnmal hoch und runter gescrollt und ich find's immer noch nicht. Ja. Kann ich das nur am Smitty machen? Irgendwer hat, muss ja die extra Portion Doofheit haben. Ich hab auch voll lieb. Danke. Ich hab die auch lieb. Das ist tatsächlich wahrscheinlich nur am Smitty machen, wa? Oh, das ist doch echt... Ich hab schon wieder ein Level ab? Nee, aber sofort. Mehr, mehr Holz fällen. Und los. Oh, das ist ja richtig angenehm, wenn man so viel tragen kann. So, dann laufen wir mal zurück. Wird jetzt eh gleich Nacht. Und wenn's Nacht wird, dann kann ich mich ja schon mal daran machen, gewisse Sachen vorzubereiten fürs Tamen. Damit wir das auch endlich mal machen. Du willst was tame? Ja, irgendwann muss ich ja mal. Ich hab zwar jetzt einen Flugvogel und einen netten Wolf, aber... Irgendwann muss ich... Ich hab keine Ahnung, was ich zähmen will. Ich will jetzt erstmal was Kleines zähmen, damit ich das mal lerne. Keine Ahnung. Ein Patchy. Nicht? Ein Patchy find ich super. Ein Raptor soll ich mir zähmen. Ja, das wär eigentlich geil. Aber ich glaub, mit einem Raptor lege ich mich lieber nicht an, oder? Keine Ahnung. Tötet der mich nicht instant? Als ob. Du hast die letzte Rüstung. Keine Ahnung. Ja, wenn ich mich richtig anstelle, aber deswegen wollte ich ja erstmal was Kleines zum Lernen. Ja, Patchy. Patchy ist perfekt, Lola. Ja, jetzt proben wir erstmal Holz hier, sonst tut das nix. Ich bin gerade so blind. Ja, was ist denn los mit dir? Ich find grad nicht das, was ich finden will. Das ist der Wahnsinn. Habe ich jetzt nur einmal Holz? Ehrlich? Ah, ne. Hab ich den überhaupt schon gelernt? Hast du überhaupt gelernt? Doch, ich hab den Smitty doch gelernt. Wo ist denn der im Crafting-Menü? Wir müssen noch mehr craften. Wie du unseren Server findest? Äh, indem ich ein Level aufsteige. Nein, indem du mir Bescheid sagst, dass du mitspielen willst. Nur so findet man hier den Server. Da ist der Smitty. Level up, würde ich sagen, setzen wir dann. Okay, wir brauchen erstmal einen Ofen. Ofen, Ofen. In Food. Meine Herren, ey, was ich jetzt alles hier mache. Du bist doch Metall-Experte, ne? Ist ich nur auf dem Vulkan oder ist noch irgendwo hier in der Nähe, was ich zu Fuß erreichen kann, Metall? Ähm, vielleicht auch mal auf dem Berg, aber ich bin mir ziemlich unsicher. Okay, kann ich ja mal gucken gehen. Was hat jetzt hier gefehlt? Stein. Stein haben wir noch. Kann ich ja vielleicht sogar nochmal zwei machen. Nice. Du darfst dann 24-7 auf diesem Server spielen, wenn du mitmachen möchtest, selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass wir eine komplette Stadt innerhalb nur unserer wenigen Stunden Aufnahmezeit pro Woche gemacht haben. Aber du darfst dann machen, was du willst. Hashtag halb fünf. Heute Morgen war es fünf. Ja, ich nicht. Hier, aber. Das heißt, ich muss weiter Woodfarmen gehen. Schauen wir mal, wie breit haben wir hier diese Foundation gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh. Größer als ich dachte. Weil das war ja unsere... Boah, ist das gerade kackendunkel, ey. Es ist dunkel, ja. Geht aber eigentlich. Ich hab gerade keine Fakten mehr. Jetzt kann ich hier so ein bisschen nach hinten bauen, bis ungefähr dahin. Das wird nämlich schon eine sehr große Base dann. Was ist da mit der Kitty? Das geht so nicht. Kitty, gebäre mal. Kitty, gebäre mal. Ja, die freut sich halt auf ihre Geburt. Ach so. Nicht. Guck dir die mal an. Was ist denn los mit der... Die ist halt auch durch. Irgendwie sind unsere ganzen Tiere durch. Ja, hier sind eine Menge durch. Außer meine Patches. Außer deine Patches natürlich, logischerweise. Die sind alle nicht durch. Endlich einer, der mich versteht. So. Ne, das sieht ein bisschen dappal aus. So weit kann ich das machen? Kann das, kann das hinhauen? Ich brauche Licht. Okay. Wieso? Ich hab doch alles so passiv gestellt. Hoffentlich auch nicht. Aber das reicht. Ist jetzt ein bisschen schiefer, als ich eigentlich wollte. Aber das macht nichts. So. Ja, ist doch okay, Mann. Ich hatte aber nichts mit dem... Mit dem Kitty zu tun. Deswegen, keine Ahnung. Das wird ein richtig hübsches Rathaus. Sind denn jetzt immer noch alle auf Passiv, ja, ne? Ein Radhaus, ja. Ein Radhaus? Da müsste ich dann später nochmal gucken. Ach, mein Fernglas hab ich ja auch nicht mehr. Das ist super ätzend. Willst du meins haben? Boah, das eh grad nicht. Ja. Wo bist denn du? Ja, ich bin beim Rathaus. Ich muss jetzt erstmal hier weiterschreiben. Ähm. Es sind ganz normale Server-Einstellungen eigentlich. Also da ist nichts ganz besonders irgendwie oder so. Ähm. Hui. Man muss keine Voraussetzungen haben, auf dem Server zu spielen. Wenn ihr mitspielen wollt, dann könnt ihr mitspielen. Das ist eigentlich eine recht einfache Voraussetzung. Doch, recht einfach, könnte man sagen. Ich würde es nicht Voraussetzung nennen. Liegt vor dir, ne? Ja. Okay, was hat der Flug... Warum landet der Flugdino in meinem Haus? Was macht der da? Mal gucken, ob es bei den anderen klappt. Der guckt durch die Wand. Oh, den grünen Strahl... Ah, fuck, wer hat sich den grünen Strahl da gesnackt? Was ist denn los mit dem Jungen hier? Er muss sterben, sorry. Äh, unser Server ist nicht rein, PvE ist PvP. Also du kannst... Theoretisch an der... Du hast da gerade... Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben gerade jemanden erschossen aus dem Tribe. Also... Ne? So, dann schreiben wir mal dem Silas. Und will der... Will der Flu jetzt auch mitspielen? Der Flow? Flu? Muss er mir Bescheid sagen. Ach, da liegt jetzt das Fernglas, das ich wollte. Beziehungsweise das wurde mir ja vom Spiel genommen, nachdem ich den Bug des Todes hatte. Jetzt hab ich endlich wieder mein Fernglas. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja, da musst du den Stream halt nachgucken, weil das ist anders nicht mehr zu sehen. Das werde ich tun. So, ähm, theoretisch... Ah, ich wollte mal... Ich wollte genau, 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 genau. Ich wollte jetzt noch was lernen, nämlich die Tranked Arrows. Hast du nicht gelernt? Hab ich nämlich noch nicht gelernt. Und dafür brauche ich erst mal... Oh, Narkotik. Sollte ich vielleicht vorher noch lernen. Da haben wir es, ja. Oder nee, das ist es nicht. Ähm, da ist es. Narkotik. So, Narkotik gelernt. Und dann den Tranked Arrows. Du weißt, wie du Narkotiks herstellst? Ich weiß gar nichts. Deswegen muss ich jetzt erst mal gucken. Ja, Narkotik hab ich. Äh, Narkotik war mit schwarzen Beeren und Kompost. Vergammeltem Fleisch. Nee, vergammeltem Fleisch. Dafür brauchst du aber diesen Mortar und Pestel, weißt du? Ah, ja, richtig. Den... Und soll ich dir mal einen Trick zeigen, wie du am besten Beeren farmen kannst? Äh, da brauche ich nur das eine Vieh nehmen. Da, weißt du, wer hier... Aha, hast du schon mal gemacht? Hast du schon mal gemacht? Nee, ich sehe das ja bei Lola jeden Tag. Achso, ja, dann. Ja, dieses eine Dino-Ding, das unfassbar schnell Beeren sammelt. Oma, Oma, Baba. Oma, Oma, irgendwas. Sehr schön. Äh, und, äh, dieser Vogel, der liegt hier, ne? Bitte nicht einschlagen, das fehlt jetzt meiner. Ähm, so, habe ich jetzt das, was ich wollte? Heißt ja keiner Joel, Chris. Heid, ah, Heid habe ich aber noch. Oh, das geht sich ja genau aus. Perfekt. Ich habe ein Level-Absolge gekriegt dadurch. Ja, geht's set? Ja, 49 jetzt. Wow. 49, ey, dat Ansage. So, das stelle ich jetzt einfach mal. fix hier irgendwo hin. Boah, wie viel verdammte... So, vergammeltes Fleisch. Habe ich ja, glaube ich, noch richtig viel. Knochenhelme, ey, schon habe, ey. Ist ja ekelhaft. So, vergammeltes Fleisch. Ach so, ja, schwarze Beeren habe ich jetzt natürlich nicht. Warum, was, was, was brauchst du? Was hast du noch mal gesagt? Wie viele Engram-Points hast du das? 80 oder 200, 270. 270 Engram-Points? Ne, 270 Narkotics hat die Lola. Engram-Points habe ich noch 513. 513, Alter. Nein, Entschuldigung, 315. Ja, gut, ich habe jetzt... Was habe ich jetzt, warte. Ich habe jetzt 172. Ich brauche, ja, Beeren brauche ich. Haben wir noch irgendwo schwarze Beeren rumliegen oder muss ich jetzt selber farben gehen? Muss ich mit der Oma, Baba. Muss ich mit der Oma mal ganz kurz ein bisschen farben gehen? Yes, Sir. Ja. Das mache ich noch mal Standfückeln. Okay. Ähm, das... Alles klar, gut. Ja, so viel will ich ja jetzt gar nicht erst mal. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, mit der Oma da jetzt extra loszulaufen, aber okay. Ja, Standard-Rates, ganz normal. Man kann PvP betreiben. Wir lassen es hier auf die normalste, nur mögliche Art irgendwie krachen und jetzt schnappe ich mir die Oma, Baba und werde mit der mal ein bisschen eskalieren. Was hast du da gerade gesagt, ey. Wie bitte? Nee, alles gut. Ja. Ne, Fragen im Chat. Ich muss mich beantworten.